5 wissenswerte Fakten zum 16. Spieltag der Ligue 1 PSG ist mit 13 Siegen und 2 Unentschieden aus 15 Spielen diese Saison noch ungeschlagen. Das ist die dritte Spielzeit in Folge, in der die Pariser so lange unbesiegt bleiben. Lyon die vergangenen beiden Spiele verloren. Nicht allzu verwunderlich, zwei der vergangenen sechs Gegentreffer waren Eigentore. Thomas Lemar ist in bestechender Form. In nur 8 Spielen war der 20-Jährige an 5 Toren direkt beteiligt. Bei Cannes benötigte er dafür insgesamt 25 Partien. Saint-Étienne hat die vergangenen drei Auswärtsspiele verloren. Gegen Lille wird Saint-Étienne versuchen, der momentan in Auswärtsschwäche ein Ende zu setzen. Rennes ist vor Marseille-Stürmer Romain Alessandrini gewarnt. Der Franzose erzielte schon 5 Tore in nur 9 Spielen. Für so viele Treffer benötigte er vor seiner Verletzung 45 Partien. Wie? . Vielen Dank! Ich ruf! Untertitelung des ZDF, 2020